Hey Leute, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß und dieses Mal stelle ich euch keine Bücher vor, jedenfalls noch nicht, sondern ich will euch darauf hinweisen, dass ab Montag, den 12. August, mein Lux, Radio Lux, auf Sendung geht und auch mit Videos online geht. Ich bin als Videoreporter dabei. Das ist eigentlich für so eher jüngere Leute gedacht, die sich vor allem in der Radiowelt und in der Multimedia-Welt ausprobieren wollen, ein eigenes Programm machen wollen. Wir sind da fast 50 Leute, gestalten komplettes Programm mit Kulturtipps, Radio, Video. Ich bin als Videoreporter mit dabei. Das heißt, die nächsten zwei Wochen kommen da einige Beiträge. Aber es gibt auch eine UKW-Frequenz für die Frankfurter hier, ist die 92,9. Könnt ihr reinschalten. Es gibt aber natürlich für alle anderen auch einen Livestream. Also seht auch unsere coolen Shirts. Nur warum ihr wisst, weshalb im Moment in der nächsten Zeit keine Beiträge hier auf Schwarz auf Weiß dann kommen, weil ich nämlich da anderweitig beschäftigt bin und das läuft für mich in meinem Urlaub. Und damit das nicht alles ist für dieses Video, würde ich gerne mal von euch Feedback haben und eure Wünsche einsammeln. Ich würde nämlich interessieren, welche Art von Videos ihr hier gerne auf diesem Kanal von mir sehen möchtet. Ob das irgendwie Book Hauls sind, Lesemonate, Tags, vielleicht mal eine Reportage, Autorenporträts, die ich schon mehrfach angekündigt habe. Also schreibt einfach mal hier in die Kommentare, welche Art von Video oder welches konkrete Thema vielleicht ihr euch wünscht. Und dann verspreche ich euch, werde ich auch diese Kommentare als Inspiration nehmen und werde das auch fleißig abarbeiten. Das war's in einer Kürze. Schaltet ein bei Radio Lux und checkt die Webseite auch mal aus. Ich verlinke das in der Infobox, in der Kanalbeschreibung hier unten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.